ja so ein bisschen ja jetzt kann ich auf deinen bildschirm gucken moment mal ich brauche ich eigentlich die tastatur ich brauche die tastatur zwar nicht aber ich schiebe sie mir mal ran na gut ich kann ja auch nur einfach mit der maus spielen soll ich mal den stream starten habe ich schon so und jetzt gucke ich mir an was du gezeichnet okay tschuldigung na gut so sind eigentlich leute da oder wurde wieder niemand informiert es wurde niemand informiert warum ist das so was geht los mit youtube hier kann ja wohl nicht wahr sein du weißt schon dass ich dein bild dann nicht drehen kann ja und können ihren kopf drehen es können alle ihren kopf drehen na gut ich kann ja auch fortsetzen erst mal setzen gehen ich wollte gerade mein 3ds rausnehmen aber ich habe ja keinen mehr den ich in der hand halte ich glaube der maschinenraum war es ja ja ist nämlich der neueste spielstand was bisher geschah nein das war wir haben einen neuen fall ja stimmt was bisher geschah wir haben den fall schon aber trotzdem wir waren noch hier oder wie wir haben das ja fertig naja aber naja eben und deswegen müssen wir jetzt zurück zur kanzlei ja der deckteil meine ich übrigens er ist ja richtig und da können wir den neuen fall annehmen würde ich jetzt sagen ja aber warte mal nee wir hatten ja noch diese komischen wir hatten also das will ich noch machen dass das was wir in der letzten folge hatten die große schiebung nummer fünf ja du auch du musst doch auch diese du musst auch die züge dann ja aber wenn dadurch irgendwann freigeschalten wird draußen ist auch vielleicht ja doch so gott also ich habe das auf jeden fall ich kann jetzt viel erzählen ich habe das alleine raus bekommen ja hab ich wirklich das ist nicht das ist nicht geschmut oder so ich muss aber gerade überlegen wo war denn das wie war denn das gehört ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher aber irgendwie war das ich musste dafür ja frechheit das gerade noch mal wieder rauszukriegen wie war denn das ich glaube ich bin dann irgendwie echt jetzt wie war denn das ich musste irgendwie so dass ich sagen wir wie habe ich das noch mal gemacht also ich habe ich habe erst ich glaube es war so dass man erst mal alle kugeln so platziert wie man sie am ende braucht und dann vier schritte vier züge macht so ungefähr ja 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 aber wie war denn das oder und nicht moment moment wie ich dachte ja eigentlich müsste irgendwo ich weiß nicht mehr wieso aber ich glaube ich mache als erstes grün mache dann grün noch mal aus welchem grund auch immer das war mache dann mal geld aber jetzt ernsthaft ich weiß nicht mehr wieso das alles war das kann aber auch so noch nicht hinhauen so wie ich das jetzt sehe und zwar wenn ich nämlich jetzt beispielsweise blau nehmen und dann das nehme dann habe ich davon auch nichts also ich kann zwar jetzt wenn ich jetzt zum beispiel da lang gehen ich glaube das war schon mal falsch aber ging es denn dann lang vor allem warum habe ich den noch nicht benutzt für irgendwas es kann schon so nicht richtig sein ich mache noch mal wie war das wie war das also ich weiß ich muss einmal nach 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 links dann nach oben dann nach rechts und dann nach oben würde ich sagen war es ich glaube das kann auch nicht hinhauen aber oh nein ich glaube ich habe es wieder nein 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 also vermasselt gerade nicht das dann so bestimmt nicht das war bestimmt jetzt auch falsch so übrigens ja sowieso okay also ich glaube das was ich jetzt gemacht habe war schon mal blöd drin ja weil das so macht das auch keinen sinn wie war denn das kann mir das nur jemand erzählen wie war das ja mach du es doch auch mal doch hilf mir wenigstens okay du machst jetzt blau warte mal ich muss gerade überlegen ich glaube blau ist gar nicht mal so eine ich würde es mal anders versuchen ich glaube ich habe es wieder so ja 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 ich habe es wieder danke dass du dass du mich erstmal dass du mir blau noch mal vor augen geführt hast so nämlich dann habe ich da einen davon ist jetzt die frage wie ich ja genau wie war das noch mal ach wie war denn das jetzt nochmal also dann muss gelb auf jeden fall noch weg aber ich glaube ich muss erst mal grün dann nochmal grün damit dieser hier wieder frei ist und dann glaube ich gelb und ich glaube jetzt habe ich habe ich so jetzt habe ich so okay ich muss jetzt zur seite oben zur anderen seite nach oben war doch einfach einfach ja jetzt in zwei zügen sowie in zwei zügen geht es nicht machen wir heute abendprogramm ich habe gehört du übernachtest euch hier nein das würde ich nie tun ja so jetzt können wir die restlichen drei auch noch machen ja echt nein wir machen mal weiter in der story oder ja finde ich auch dann mal raus ja mit wallhack geht es mit zwei ja ok so jetzt will ich aber erstmal in die detektei zurück ich wollte speichern ja ich speicher meinen neuen fortschritt leider kriege ich keinen punkt dafür nein nur weil ich es nicht in der letzten aufnahme schon geschafft haben hätten wir uns mal die zeit genommen darf ich es jetzt zeigen das sieht nicht scheußlich aus eigentlich müsste ich mich so rumdrehen aber dann sieht es bei mir falsch rum aus aber von der kamerarichtung her ist es ja ja also ich wenn ich so rumdrehe dann sehe ich es richtig rum man sieht doch gar nicht mal die zunge man ich finde das voll schön man sieht immer mal die zunge na gut dann gucke ich schon mal wie der nächste fall aussieht ich spoiler mich mal ja ich hab mich schon gespoilert london genießt den feiertag godwin's day aber inspektor hastings steckt in der klemme seine frau hat geburtstag ja deswegen ich weiß schon wer die frau ist hm das ist bestimmt ja das ist eine qualle das ist miss godwin das ist eine qualle ja das ist keine qualle aber sieht schöner aus mit bleistoffgezeichnet ich hab aber nicht gegoogelt ich hab's mir doch gerade erst auch wieder neu okay zusammengelegt das mit dem das mit dem schiebung aber ehrlich gesagt ich verzichte auch gerne auf den punkt den ich eh nicht gekriegt hätte er kann auf dem vertragen nein ich will den punkt nicht okay ich bin dabei okay also ich beginne schon mal den fall ja ja du kannst das wieder ändern glaub ich oder hast du schon hab ich okay das hier ist das fenster nicht das was du ach so der stream der hängt nach ach stimmt ja da war ja was ja normalerweise ist es umgedreht deswegen weil ich verwirrt ja aber da du jetzt da drüben sitzt nicht wie in der letzten aufnahme hab ich in der letzten aufnahme stimmt ich hab wegen der letzten aufnahme wegen dem teil hier ja und wegen und wegen der tastatur zum beispiel auch oder zumindest ja auf jeden fall jetzt setzen wir uns nicht um oder möchtest du gleich direkt vor die kamera die ganze die ganze aufnahme lang lieber chat nein quatsch so hintergehen werde ich dich nicht bei 10.000 ja also 10.000 leute die dich dann sehen ja moment wie viele sind es denn wirklich es sind 8000 ne aber ich finde es halt einfach so nicht ehrlich weil wenn leute so ja bei 10.000 likes höre ich das und das ach so bei 10.000 zuschauern willst du das versprechen das schaffen die eh nie ja trotzdem nicht oder das schaffe ich nie ich spreche nun nichts okay also ja ähm gut gut mit dem buch bin ich jetzt fertig Zeit für eine schöne Tasse Tee oh aber ich hatte doch eigentlich erst Tee oder? in dem Fall vielleicht ein Mittagsschläfchen oder noch mehr Tee ich hätte da eine Idee wie wärs wenn du mal kein fauler Hund bist sondern den Sauhaufen auf deinem Schreibtisch aufräumst nein nein chat das geht nicht nicht heute das geht nicht du willst nicht meinst du äh was um 10.000 Likes zu bekommen braucht es erstmal einen der euch wirklich verfolgen will wie verfolgen? so stalker mäßig? müssten wahrscheinlich regelmäßiger Videos kommen neee vergess es ich hab ja schon so ein neues Konzept Kira du weißt was ich meine ne das da das also falls das irgendwann mal so zufällig passiert äh wärs lustig ich denke es könnte eventuell wenn Kira mitspielt sozusagen achso könnte es könnte es dazu kommen dass ich mal eine andere Art von Let's Play bringen kann nein weiß ich nicht weiß ich nicht ich bin mal gespannt wann sich die Gelegenheit ergibt jo pack dein Bein hier rauf ja 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 meins ja 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 das was war nein daran liegt es nicht Miss Layton hat einen sehr guten Grund dafür nicht aufzuräumen ja sowas wie leider keine Lust so wie zum Beispiel Sonntag Sonntag am siebten Tag ruhte er achso ja 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 echt jetzt na dann mal raus da mit Nadelstreifen weil heute Godwins Day ist Godwins Day Godwins? Godwins? Godwins Day? Goodwins? Goodwins? Nee Goodwins Goodwins Day Ich dachte ja eher sowas wie der Christopher Street Day oder so Vielleicht Oder der St. Patrick's Day Ich verwechsel die beiden manchmal Ja und dann dann trage ich auf dem Christopher Street Day halt grün Kannst du ja machen Andersrum wärs natürlich Du darfst auch auf dem Christopher Street Day grün Ja und auf dem St. Patrick's Day eine Regenbogenflagge Ich hab letzt Ich hab bei meinem Wo ich das letzte Mal auf dem Füße versteht war ein sehr sexy Irre Da Mit Irren? Irren Irren Der hat das auch verwechselt Vielleicht sah auf jeden Fall ja gut aus Ah war Bitcoin We are und wir wangen unsere